Gestern schön gekackt! Super Small-Tag, Alter! Jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rauf! Sandra, ich bin immer kurz weg, ja? Ja, alles klar! Wenn ein Kunde kommt, sag ihm bitte Bescheid, dass ich gleich wieder da bin. Ja, kein Ding! Oh nein, oh nein, du darfst Sandra doch nicht alleine da lassen. Nein, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Sandra, du darfst ihn gerne beraten, aber auf gar keinen Fall seine Haare schneiden. Du bist hier nur eine Praktikantin. Ich bin doch nicht behindert! Ich krieg das hin! Hohohoho! Definitiv hin! Sehr gut! Tschüss, Steffi! Guten Tag! Herzlich willkommen in Steffis Haarstudio! Was kann ich für die tun? Na, was wohl? Boah, warum will man solche geilen Haare abschneiden? Ich möchte bei Ihnen ein Auto kaufen. Oh! Steffi! Das wird aber schwierig in Haarsalon! Verkaufen wir auch Autos? Das war natürlich ein Scherz! Ich möchte meine Haare schneiden! Kriegen Sie das hin? Und denk dran, du darfst ihn gerne beraten, aber auf gar keinen Fall seine Haare schneiden! Und denk dran, du darfst einen Haare schneiden! Ich wollte gerade sagen, die ändert sich doch bestimmt falsch rum! Die letzten Worte bestätigen! Oh oh! Ja! So! Hm, was? Redet sie jetzt für sich selber oder für Sie? Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nee, danke! Gute Honig Honig! Sagen Sie, kennen Sie die neue Frisur von Miley Cyrus? Nein! Ja! Ja, wegen die haben! Ja, wegen die haben! Kein Problem! Die wollen im Moment eher alle haben die Frisur! Wie war die Frisur überhaupt? Sind wir hier im Wild Westen oder? Wow! Die schneidet oben und die Haare kommen von unten hochgeflogen! Sehr, sehr geil! Oh Gott! Oh Gott! Das sieht ja aus! Das sieht aus, als ob es unser Rasen mehr geraten ist! Oh Gott! Okay! Versau es nicht! Versau es nicht! Das ist deine erste richtige Kundin! Wie war das nochmal in der 7. Klasse? Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel! Okay! Was?! Wir hatten in der 3. Klasse keine Haarkunde! Das ist schon ganz gut bei mir! Smalltalk! Ich muss noch Smalltalk machen! Worüber rede ich denn? Irgendwas, was alle betrifft! Diese schlechte Frisur! Oh Gott! Das sieht so schlimm aus! Das sieht schlimm aus! Das sieht schlimmer aus! Das sieht schlimmer aus, als unser Rasen mehr! Das sieht aus, als ob der Eichel Gott weggefressen hat! Gestern schön gekackt! Sorry! Super Smalltalk, Alter! Das fragt man eine Frau am besten! Ja! Das ist das Beste! Na gut, das ist ja selber eine Frau! Schnell Sandra! Du musst dir was ausdenken! Lenk sie ab! Äh! Wir haben Leute aufm Kopf! Was?! Super Ablenkung! Na gut, jetzt ist sie von der Scheiße abgelenkt! Ja! Fünf Stück! Und die eine kackt den grad aufm Kopf! Mann! Deswegen hab ich das genagt! Sandra! Manchmal bist du ein Genin! Nein! Das ist ja widerlich! Ich werd zuhause gleich was gegen tun! Ich mein, da gibt's ja mittlerweile was, damit die alle sterben! Tiger-Mörder! Boah! 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 Hey Sascha! Na! Was für ein Deutsch aufhabender Mathe! Was für ein Mathe aufhabender! Deutsch natürlich! Hä?! In Mathe haben sie Deutsch auf und in deutsche Mathe?! Ja! Das könnte meine Schule sein! Du musst jetzt Michelle fragen! Ja frag sie ruhig mal! Kannst du dir gern mal sagen, ich hätt gern mal mein Radiergummi und meinen Tittenkiller wieder, ja? Der war ausgeliehen! Tittenkiller! Ja, der ist wohl! Und nicht geschenkt! Aus-geliehen! Sagen Sie, sind Sie jetzt bald mal fertig? Man könnte ja meinen, Sie hassen Ihren Job! Das einzige, was mich hier noch hält, ist die Erdanziehungskraft! So! Ich bin jetzt langsam... Das war gar nicht mal so dumm! Fertig? So frisurensektisch? Sexy und ready? Kann ich da auch noch was für Sie tun? Ich find ja, ich bin eher so ein Spontaner Typ. Was halten Sie eigentlich von Extensions? Find ich scheiße! Find ich super! Ich hol mal welche! Läuft bei mir, ey! Läuft bei mir, ey! Alles geil hier! Ach ja! Smalltalk! Und? Gestern schön Sex gehabt? Oh Gott, diese Fragen! Das ist nicht normal! Ist auch egal! Ich glaube, von meiner Seite war's auch! Sie dürfen jetzt gucken! Was zur Hölle ist das? Das wiss ich auch gern! Ist das Ihr Ernst? Nee, Ernste Arbeit! Ja, die Schauspielkünste sind nicht so geil, aber... Mal drüber hinweggesehen! Schon das Video an sich geil bis jetzt! Ist ja nicht mehr! Ich meine von ihr ist nicht so geil! Wollt ihr das letzte Stückchen noch behalten? Ja! Okay, dann warte mal kurz! Wörtlich genommen! Ich pack's Ihnen ein, okay? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like damit und den nächsten Tag abonnieren! Diesen Sinne verabschiede ich mich und bin damit aus! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.